Musik 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 Sollen wir sicherheitshalber ein elementares Element unserer Bühnenshow mitnehmen? Was wärs eigentlich? Da können wir ja aufpusten. Oder sollen wir die Flying V mitnehmen? Ja, die Flying V. Wir können auch einfach eine meiner kaputt hauen, das geht auch. Ich finde, du solltest entfalten. Ulan, zeig dir doch mal Backstage! Backstage! Ist das nicht mal Backstage? Das ist Backstage! Magst du nicht mal vielleicht die Gemütlichkeit eines Backstage-Bereich einmal zeigen? Ja, vormachen! Handtücher! Für After-Singer-Song-Walter-Bitter-Player-Dushing. Oh mein Gott! Man kann voll schnell bis zum Abwinken. Und danach frisch mit Nivea Dry Comfort plus 48 Stunden trocken schön sein. Das ist aber noch nicht alles. Spiegel. Für die Rock-Divas unter uns sind. Egal. Ich kenn keine. Kennst du eine? Ich hab einen Spiegel, damit er eigentlich auch sehen kann mit Blöder. Was denn ihr? Er sagt, der Trefferfette! So, wir seht hier dann jetzt die Waschräume. Die Waschräume. Genau. Folgen Sie mir unaufhörig. Aber entschuldigt, ich war gerade kackendatsch. Ich war gerade kackendatsch. Kannst du damit drinnen halten? Ja, der Junge da, der ist losgezogen. Der ist ein Krisenpfleger. Boah! Jetzt kommt der. Du guckst ihn gleich raus. Du guckst ihn gleich raus. Du guckst ihn gleich raus. Weißt du warum, dass du spielst? Ne, ist die Darmentoilette? Leider. Ich wollte keine Damen. Keine Damen. Keine Damen. Okay. Und wo sind die Duschen? Ja. Durchduschen. Durchduschen. Hier vorne. Ein bisschen sauber gemacht. Grohe Armaturen. Da weiß der Fachmann Bescheid. Aha. Grohe. Wunderbare Qualität. Ein Währung. Durchduschen. Kleiderständer. Bei den Übrigen nicht unter 58, 63 zu Hause. Und das ist das Ding, wo das Wasser rauskommt. Ja. Bin ich mir nicht sicher. Ja, weil zu Hause habe ich auch einen Telefonhörer, der so ähnlich aussieht. Ich probiere das mal aus. Hast du jetzt Telefon oder Wasser? Ja, Telefon. Ich glaube Telefon. Hallo. Tut's auch nicht. Ja. Das ist halt, wenn man Musiker im Hause hat. Tut's. Ich weiß es schön. Ja, schön. Das heißt, du kannst nachts schon mal richtig ordentlich sauber machen. Damit du überhaupt auf der Heimfahrt nicht mehr so stinkst, wie du das sonst mal tust. Ja. Das hätte ich tun. Mal gucken, wenn wir dabei assistieren. Siehst du den Dock hier vorne? Hat direkt die Damen und die Damen Toilette erkannt. Doch, das hat auch die Damen Toilette. Ja, ich bin nur jeweils weg. Ihr seid. Herzlichen Glück. Näääähäää... Genau das. Das war's. Ja, das ist auch schon mal was. Keyboarder, Singzang. Klatsch! Ich werde blöden Musikern! Blöde! Ja, Heidi, na? Wir führen jetzt ein Interview mit dem Sänger von Who Are You. Heidi, wie war der Soundcheck für dich? Ich bin deutsch abgesagt. Der Soundcheck war geil. Okay, die nächste Frage geht an den Keyboarder. Sind Sie krank? Wie geht's mit Ihrer Gesundheit? Ja. Soll ich für meinen Vater sorgen muss, ist alles gut. Übrigens, hier der Tobi, ne? Der hat hier so geile Lakritz mitgebracht. Da ist bestimmt irgendwas drin. Und das sind die Lakritz vom Tobi, die der in Köln gekauft hat. Wo auf jeden Fall irgendwas drin ist, was glücklich macht. Ja, das sieht man auch. Ich würde mit euch beiden gerne ein Interview über das Erwachsenwerden führen. Wie sieht's damit aus? Oh, nicht mit uns. Übrigens, die Brille kann auch anders, ne? Wie kann die denn? Die kann auch so. Oh Gott, ist das verscheuert. Und die kann noch anders. Die kann so. Oh Gott. Heidi, ich würde sagen, der Scheiß-Do-Wort hat gerade Zuwachs bekommen. Wenn I was in the crazy baby my mama just rocked me in the crazy Was willst du die einziehen? Blink, blink, blink. Ich möchte nicht, dass ich die runterwäsche. Dass der Kamerat kommt. Das ist zu spät, die läuft schon. Oh Scheiße. Haben wir das T-Shirt hier. Heidi, zeig doch mal. Wie machst du dich schick hier? Äh... Ja, ich hab da diverse Sachen. Ja, zeig uns das doch mal. Ganz wichtig, Pickel-Abkleberband. Ähm, Moment, ich hab Exklusivrechte an diesem Interview. Bitte nicht stören. Live für die Bühne. Hodenschutz. Ganz wichtig, wenn ich in den Spagat gehe. Die großen Blauen. Die ist immer so, ne? Die großen Blauen, die Familienpackung. Hey, Denne! Guten Tag, Denne! Lenners! Ja! Ja, ich hab dir nie! Na, ihr zwei Otzen mit F, seid ihr zufrieden mit heute? Wir sind... Wir müssen gerade noch die Geschmacksnerven abtüren. Wir wollen schon immer mal ein Hackebeck trinken, weißt du? Hackebeck. Du bist doch schon Hacke. Martin, bist du, ich Hacke. Hackebeck. Hackebeck. Genau, und dann wächst vom Hackebeck. Prost!